Sag uns, mit welchem Recht tust du das alles? Wer gab dir die Vollmacht? Auch ich will euch eine Frage stellen. Sagt mir, stand dir das Recht des Johannes zu taufen von Gott oder von den Menschen? Was sollen wir sagen? Wenn wir sagen von Gott, wird er sagen, warum? Habt ihr ihm da nicht geglaubt? Aber wenn wir sagen von den Menschen, dann wird uns das Ganze voll steinigen. Sie sind überzeugt, Johannes war ein Prophet. Wir wissen nicht, woher es gekommen ist. Dann werde ich auch nicht sagen, mit welchem Recht ich das alles tue. Wir wissen, wie der Kind oder wie der Kind hat. Ich weiß nicht, wie der Kind hat. Ich mein Gott, warte. Aber ich weiß nicht, wie der Kind war. Aber ich weiß nicht, wie der Kind hat. Vielen Dank.